Institut für Weltwirtschaft promoviert und gearbeitet damals und bin, als es noch gar kein PISA gab, in dieses Thema hier reingekommen. Wie wichtig sind Bildungsergebnisse? Ich komme als Ökonom hier rein, eben gerade auch aus ökonomischer Sicht. Und was ist wichtig, damit wir gute Bildungsergebnisse bekommen? Ich habe glaube ich im Jahr 2000 die erste Studie hier in Kiel gemacht, die zeigt oder sich auseinandersetzt mit genau diesen beiden Fragestellungen. Schulautonomie oder Eigenständigkeit, Selbstständigkeit von Schule und zentrale Abschlussprüfungen. Seitdem haben wir viel mehr gelernt, weil wir auch viel mehr Daten bekommen haben. Ist vielleicht mit der wichtigste Grund. Und davon möchte ich ein bisschen was hier berichten und zusammenbringen. Es war ein bisschen mit angekündigt, es soll auch darum gehen, um Wirkungsmechanismen und auch um Arbeitsmarkteffekte. Ich möchte darum kurz vorweg schicken, kurz anfangen. Was ist der Zusammenhang zwischen Bildungsleistungen und wirtschaftlichem Wohlstand? Ich werde nachher ein bisschen auch von Studien berichten, wo wir ganz konkret die Frage der Abschlussprüfung mit dem Arbeitsmarkt in Verbindung bringen. Aber ansonsten ist es oft so ein zweischrittiger Gedankengang eigentlich, dass man zunächst mal überlegt, wie hängen Bildungsleistungen mit wirtschaftlichem Wohlstand zusammen? Und dann an zweiter Stelle im Bildungssystem, wie hängen verschiedene Rahmenbedingungen im Bildungssystem mit den erzielten Bildungsleistungen zusammen? Und genau diesen Zweischritt möchte ich hier gehen. Darum zur Motivation jetzt zunächst, warum beschäftigt sich ein Ökonom überhaupt damit? Das soll jetzt nicht heißen, dass sozusagen Bildungsleistungen nur relevant sind, weil sie möglicherweise was mit der Volkswirtschaft zu tun haben, aber möglicherweise eben auch. Und ich glaube, das wichtigste Bild, das kann ich jetzt nur ganz kurz zeigen in diesem Bereich, ist, wenn Sie verstehen wollen, warum einige Länder über die letzten 40, 50 Jahre, also hier haben wir jetzt tatsächlich 49 Jahre vergleichbare Daten, warum einige Länder ihren Wohlstand ausgeweitet haben und andere Länder eben nicht, dann ist vermutlich die entscheidende Erklärung dafür, was die Menschen an Kompetenzen erworben haben. Und wenn man das empirisch einfach anschaut, auf der vertikalen Achse hier haben wir die langfristigen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts pro Kopf im jeweiligen Land, also hier ist es Maß dafür, für langfristigen Wohlstand von 1960 bis 2009, eine sehr langfristige Perspektive, muss man bei der Bildung natürlich immer haben, und dem gegenüberstellt, was wir hier versucht haben, das mal zusammenzubringen, ich sage es mal ganz einfach, einen Durchschnittswert der Leistungen der jeweiligen Länder in den PISA-Vorgängerstudien. Es gibt seit Mitte der 60er Jahre international vergleichende Bildungstests und wir haben alle die bis Anfang der 2000er Jahre versucht zusammenzubringen, um dann quasi so etwas wie ein Durchschnittsmaß der mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen der Bevölkerung im Jahr in den Land zu haben. Und was Sie sehen, es ist ganz systematisch so, dass die Länder, die gut abgeschnitten haben, sind die, die langfristig eben auch ihren Wohlstand vermehrt haben, die, die schlecht abgeschnitten haben, bleiben unten stehen. Und Deutschland ist bei diesen Dingen, wie in so vielen Dingen, die wir im Bildungsbereich anschauen, ziemlich genau in der Mitte. In so einem ganz einfachen Modell, wo Sie einfach nur berücksichtigen, dass Länder, die ursprünglich ärmer waren, aufholen können, dass es sozusagen einen Aufholprozess gibt und ansonsten nur die Bildungsleistungen der Bevölkerung mit reinbringen, erklären Sie drei Viertel der Unterschiede in den langfristigen Wachstumsraten in der Welt. Darum ist es aus meiner Sicht so extrem wichtig zu verstehen, was diese Bildungsleistungen bestimmt, denn zumindest eben nicht nur, aber eben auch aus rein volkswirtschaftlicher Sicht, aus der Sicht des wirtschaftlichen Wohlstands, ist das vermutlich die entscheidendste Einflussfaktor. Nicht die Maschinen oder sonst was, sondern das, was wir in den Köpfen haben. Das kann man jetzt auch näher anschauen, das ist jetzt sozusagen rein auf gesellschaftlicher Ebene, volkswirtschaftlicher Ebene, aber auch auf individueller Ebene sehr schön mit den neuen Daten, die wir haben, den PIAC-Daten, das ist dieses Erwachsenen-PISA, was die Daten sind jetzt im letzten Oktober herausgekommen, so Ende 2011 und dann 2012, sind eben in 24 Ländern repräsentative Stichproben der Erwachsenenbevölkerung in ihren Alltagsmathematischen und Lesekompetenzen getestet worden. Und das Schöne bei sowas ist natürlich, wenn man jetzt eben nicht, wie bei PISA, 15-Jährige testet, sondern den ganzen Durchschnitt der 16- bis 65-Jährigen, dann kann man auf individueller Ebene sehen, hängt das denn irgendwie mit dem Arbeitsmarkterfolg zusammen? Hängt das damit zusammen, wie viel sie verdienen oder ob sie überhaupt einen Job bekommen? Und als ganz einfaches Ergebnis, man kann diese Daten wirklich sehr schön, sehr tief analysieren, sehen wir eben wiederum einen extrem engen Zusammenhang auf individueller Ebene, dass diejenigen, die in diesen Tests besser abgeschnitten haben, wesentlich höhere Einkommen am Arbeitsmarkt erzielen. Das ist jetzt einfach nur mal abgetragen, um wie viel erhöht sich das Bruttoerwerbsankommen je Arbeitsstunde in Prozent, wenn sich diese, jetzt in diesem Fall die Alltagsmathematischen Kompetenzen in PIAC, um eine Standardabweichung erhöhen, das ist so ein Maß für den Schritt auf der Leistungsskala. PIAC hat im Prinzip so ähnlich wie PISA fünf Kompetenzstufen und eine Standardabweichung ist letztendlich genau ein Schritt auf dieser Kompetenzstufenleiter. Das heißt sozusagen, wenn Sie eine Stufe höher gehen von fünf Stufen auf der Kompetenzstufenleiter in PIAC, dann erhöht sich im Durchschnitt das Einkommen der dort gemessenen Bevölkerung in Deutschland um fast 24 Prozent. Das sind, wenn man es in Euro und Cent ausrechnen will, pro Kompetenzstufe verdienen die im Durchschnitt 650 Euro pro Monat mehr. Das heißt eben, wenn Sie wiederum verstehen wollen, warum Einzelne am Arbeitsmarkt erfolgreich sind und nicht, müssen Sie ganz entschieden Bildung mit reinbringen und nicht nur den Bildungsabschluss, der ist auch sehr relevant, aber darüber hinaus sehen tatsächlich auch gerade das, was an Bildungsleistungen eben hier gemessen wurde. Wir versuchen hier da einiges anderes rauszurechnen, das ist alles extrem hohe Brust, das so zu sehen. Inwiefern das jetzt tatsächlich in diesem Fall sozusagen so etwas wie ein kausaler Effekt der Kompetenzen ist, da muss man glaube ich in der Forschung noch viele Schritte gehen, bevor man sich da sicher sein kann. Aber dieser Zusammenhang, um überhaupt zu verstehen, warum einige Leute am Arbeitsmarkt mehr verdienen als andere, ist das ein ganz entscheidender Erklärungspunkt wiederum. Auch für den zweiten Schritt habe ich jetzt nicht als Folie noch wieder mitgebracht, ob man überhaupt einen Job bekommt, ob man am Arbeitsmarkt tätig ist, ist ein ganz enger, positiver Zusammenhang mit den gemessenen Kompetenzen. Dann ist es natürlich so, was hat das jetzt mit Abschlussprüfungen, mit Eigenständigkeit von Schule zu tun? Als erstes würden wir natürlich sagen, wenn wir bessere Bildungsleistungen haben wollen, dann müssen wir halt mehr in unser Bildungssystem investieren, müssen wir mehr Geld ausgeben. Das Problem daran ist, dass das nicht so einfach zu funktionieren scheint. Ein ganz einfaches Bild hier wiederum, da gibt es hunderte, wenn nicht tausende von Studien, die versuchen das näher zu belegen, aber eigentlich letztendlich genau das gleiche zeigen. Wenn Sie sich anschauen, einfach mal beispielhaft hier die Mathematikleistungen in PISA 2009, der verschiedenen Länder, haben wir hier, und stellen das gegenüber, das berechnet eigentlich die OECD sehr schön, wie viel haben die verschiedenen Bildungssysteme im Durchschnitt für die in PISA getesteten Schüler, also für die 15-jährigen Schüler, über deren Bildungsverlauf ausgegeben. Das sind aber die kumulierten Bildungsausgaben pro Schüler. Und Sie sehen, Sie sehen nichts, eine große Wolke. Es ist nicht systematisch so, dass die, die mehr ausgeben, besser abschneiden. Das wären die hier hinten. Es ist nicht so, dass die, die weniger ausgeben, systematisch schlechter abschneiden. Wir sehen überhaupt keinen systematischen Zusammenhang. Das ist natürlich sehr einfach, da kann alles Mögliche hinter stecken, aber das haben wir immer und immer wieder gesehen mit den verschiedenen Tests. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie ist es denn so, klar, alle Länder machen auch wieder andere Dinge, so einfach kann man es natürlich nicht sehen, da man kann, wir haben viel Forschung dazu gemacht, wo man versucht, Dutzende von anderen Einflussfaktoren herauszurechnen, aber dieser Nullzusammenhang, der bleibt immer da. Wir haben uns jetzt mal angeschaut, wie ist es denn nicht zumindest so, dass die Länder, die seit 2000 bis 2012 mehr ausgegeben haben, in PISA sich verbessert haben und die, die weniger stark ihre Ausgaben erhöht haben, sich verschlechtert haben. Wiederum überhaupt kein Zusammenhang, das ist noch eine viel wildere Punktfolge. Das soll nicht heißen, dass sozusagen Bildungsausgaben in bestimmten Zusammenhängen für bestimmte Schulen ein ganz entscheidender Faktor sind, die gerade mangeln. Das heißt aber eben insgesamt, dass das nicht der entscheidende Faktor sein wird, wenn wir wirklich vorankommen wollen. Und das zeigt eben auch, dass wir vermutlich, wenn wir mehr Geld ausgeben, unser System das nicht hinkriegt, das dort auszugeben, wo es wirklich benötigt wird. Was können wir also machen? Und da kommen jetzt eben tatsächlich die mehr strukturellen Fragen von Prüfungssystemen, Schulorganisationen ins Spiel. Wenn wir die Bildungsergebnisse haben, sind die halt zunächst mal vermutlich ein Einfluss, also eine Funktion davon, nicht so sehr, wie viele Ressourcen wir reinstecken, ab einem gewissen Niveau, was wir sicherlich erreicht haben, sondern wie wir sie einsetzen. Aber die Frage, wie wir die Ressourcen einsetzen, hängt ganz stark mit dem, was wir in der Theorie quasi die Anreize verstehen. Das möchte ich jetzt ganz generell verstehen. Das heißt schlicht und einfach nur Anreize in dem Sinne, ob ich irgendwelche Konsequenzen unterschiedlich sind dafür, wenn ich mich für bessere Bildungsleistungen einsetze oder nicht. Ob ich meine Belegung dafür eine Belobigung bekomme, ob das überhaupt jemand sieht oder ob das keiner sieht, das wird Einfluss darauf haben, ob ich einen Anreiz habe, mich sehr stark für bessere Bildungsleistungen einzusetzen. Das gilt für die Schulleitungen, das gilt für die Lehrkräfte, das gilt für die Schülerinnen und Schüler selber, das gilt für die Administration, das gilt für alles. Und diese Art der Anreize sozusagen macht es einen Unterschied letztendlich, ob ich mich dafür einsetze oder nicht. Die wird eben sehr stark beeinflusst von den Rahmenbedingungen im Schulsystem. Und zwei davon möchte ich eben hier heute thematisieren. Die Frage der Abschlussprüfung und die Frage der Eigenständigkeit. Verstehe ich als Teil der gesamten institutionellen Rahmenbedingungen, die möglicherweise über solche Kanäle sich auf die Bildungsergebnisse auswirken kann. Und dementsprechend jetzt zwei Hauptteile. Zunächst die zentralen Abschlussprüfungen und als nächsten Hauptteil dann die Eigenständigkeit von Schulen. Als Hintergrund ist in Deutschland eigentlich recht viel passiert in dieser Fragestellung. Bis 2005 hatten wir sieben Bundesländer, die ein Zentralabitur hatten. Wenn wir zunächst mal im Abiturbereich anschauen. Und dann innerhalb von nur vier Jahren, zwischen 2005 und 2008, haben acht weitere Bundesländer zentrale Abschlussprüfungen eingeführt. Also wir sehen hier eben Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen-Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg und Saarland. Die haben schon sehr, sehr lange ein Zentralabitur. Aber seitdem sind dann eben in wenigen Jahren eben Schleswig-Holstein, eben auch Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Brandenburg und Berlin dazugekommen. Da hat sich viel getan in Deutschland. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, jetzt nicht nur das Abitur anschauen, sondern eben auch die Abschlüsse, den Hauptschulabschluss und die mittlere Reife, die zum Teil ein bisschen unterschiedlich heißen in den verschiedenen Bundesländern, dann hat sich da sogar noch viel mehr getan. Wenn wir es seit 2002 anschauen, hat sich im Fenster bis 2009 in elf Bundesländern wurden Abschlussprüfungen eingeführt, in einer Schulform oder einer anderen. Sodass es mittlerweile nur noch eine Ausnahme gibt, nämlich Rheinland-Pfalz, die keine externen Abschlussprüfungen haben, keine Zentralprüfungen in den verschiedenen Bereichen. Alle anderen Bundesländer haben zumindest verschiedene Arten von externen Bestandteilen, zentralen Bestandteilen in ihren Prüfungen. Natürlich nicht deutschlandweit, sondern jeweils nur im jeweiligen Bundesland. Hat das irgendwas mit den Bildungsergebnissen zu tun? Hängt das irgendwie zusammen? Die erste Sache, die man eben, und das ist vermutlich, liegt das auch ein Stück weit hinter dem, was wir eben gesehen haben, dass sich so viele Bundesländer dort dahin gegangen sind, das zu machen. Wenn wir sozusagen den Schritt zurückgehen, bevor so viele Bundesländer das reformiert haben und uns anschauen, wie in den frühen PISA-Tests, hier PISA 2003, wie haben die verschiedenen Bundesländer im Durchschnitt abgeschnitten, dann sind das die hier, die zentrale Abschlussprüfung haben und die, die es nicht haben. Das ist gerade ein bisschen schlecht zu lesen, aber was Sie sehen, ist schlicht und einfach, das ist nahezu komplett aufgeteilt. Es gibt nur ein Bundesland hier, was überhaupt ein bisschen schlechter ist als das Spitzenland hier. Im Durchschnitt sind die Bundesländer sozusagen hier oben alle irgendwo, die sind alle hier unten irgendwo. Sozusagen ist vermutlich die Variable, mit der Sie am einfachsten Unterschiede zwischen Bundesländern und Bildungsleistungen erklären können. Wieder ganz simpel hier nur abgetragen, aber Sie können das, da haben wir viel Forschung dazu gemacht, versuchen rauszurechnen, indem Sie halt alles andere, was sich sonst zwischen Bundesländern unterscheidet, der sozioökonomische Hintergrund, der Migrantenanteil, Bildungsstand der Eltern, Arbeitslosigkeitsquoten, ob die vier- oder sechsjährige Grundschule haben, ob die zwei- oder drei- oder viergliedrig sind, all sowas können Sie reinstecken. Das meiste von, also außer dem sozialen Hintergrund, das meiste von den anderen Sachen hat relativ wenig Zusammenhang mit den Leistungsunterschieden zwischen den Bundesländern, aber dieser Unterschied zwischen denen, die Zentralabitur haben und denen nicht, bleibt bestehen. Sie können auch reinstecken, ob es eine konservative oder sozialdemokratische Regierung war und so weiter und so fort. Das erklärt es nicht, es scheint wirklich sehr eng damit zusammenzuhängen. Ich glaube, da steckt ein Stückchen mit dahinter, ich hatte vorhin das kurz angedeutet, schon 2000, 2001, 2002, da gab es eigentlich mehrere Studien, die wir damals hier am Kieler Institut veröffentlicht haben, wo das klar rauskam. Es gab eine, die ganz explizit hieß, Central Exams improve Student Performance oder so. Das gibt uns eigentlich sowas fast wie so ein schönes, kleines, natürliches Experiment in Deutschland. Es gibt Bundesländer, die haben Zentralprüfungen eingeführt und andere, die hatten sie eh schon, verschiedene Bundesländer zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Schularten, zu verschiedenen Zeiten eingeführt. Wenn die Geschichte, die ich hier erzähle, richtig ist, dann müssten die ja besser geworden sein. Ist das denn so? Da hat eine ehemalige Doktorandin von mir, Elke Lüdemann, eine spannende Arbeit zugemacht. Die hat genau dort, einer der großen Ausnahmen, wo wir einmal Zugang zu den Mikrodaten bekommen haben mit Bundesländerinformationen, die PISA-E-Daten von 2000 bis 2006 genommen und sich eben ganz genau angeschaut, wann wurde wie wo reformiert. Und wir haben auf individueller Ebene die Ergebnisse, wir können rausrechnen, den sozioökonomischen Hintergrund und so weiter, dieser Schülerinnen und Schüler. Und vor allem ist es dann eigentlich eben das Schöne, dass wir sogar Niveauunterschiede zwischen den Bundesländern rausnehmen können und einfach nur anschauen können, ist es so, dass dann, wenn wir Abschlussprüfungen eingeführt haben, zu dem Zeitpunkt Schülerleistungen sich verbessert haben. Das ist jetzt nur ein grobes Bild, die Tabellen dazu sind ein bisschen kompliziert, aber ein grobes Bild, was sie gemacht hat, wo man das noch ein bisschen sieht, was sie findet. Das sind die Bundesländer, die Zentralprüfungen eingeführt haben, das sind die, die keine Zentralprüfungen eingeführt haben oder sie vorher schon hatten. Und Sie sehen, der Unterschied hat sich wesentlich verkleinert. Also die sind wesentlich schneller gewachsen als die anderen. Wir sehen insgesamt, und das hat mich ehrlich gesagt sehr überrascht, diese Ergebnisse, weil Sie sehen, das sind nur kurzfristige Effekte der Einführung von zentralen Abschlussprüfungen. Ich würde eigentlich erwarten, dass es so etwas wie vielleicht einen Jokkurven-Effekt gibt. Die ersten Male, wo man das macht, gibt es immer Probleme, weil man das zum ersten Mal macht, nicht richtig umsetzt, nicht richtig eingeführt ist. Außerdem muss es dann erstmal in die Köpfe aller reinkommen, der Schülerinnen und Schüler, der Eltern, der Lehrer. Aber es gibt jetzt externe Prüfungen, wie funktioniert das genau und so. Gleichwohl, wenn man das damit wahrscheinlich die langfristigen Effekte vermutlich deutlich unterschätzt, sieht man hier einen deutlich positiven Effekt. Das heißt, ein ganzer Teil dessen, warum Deutschland seit PISA 2000 sich wesentlich verbessert hat, hängt tatsächlich auch damit zusammen, dass eben einige Bundesländer hier in dem Bereich reformiert haben. Das geht jetzt alles nur auf diese Schülerleistungen in Mathematik und Naturwissenschaften oder Lesekompetenzen hin. Diesen positiven Zusammenhang habe ich Ihnen jetzt auf zwei Arten in Deutschland gezeigt. Es gibt sehr viel Forschung dazu, die ich halt damals vor allem gemacht habe im internationalen Vergleich. Da sehen Sie genau das Gleiche. Ich komme da gleich nochmal ein bisschen zu, will ich jetzt hier nicht reinzubringen. Aber wenn wir gleich den Zusammenhang mit der Eigenständigkeit von Schulen uns anschauen, da werde ich nochmal die internationalen Daten nutzen. Eine offene Frage ist natürlich, ist das tragfähig? Ist das was, wo wirklich die Schülerinnen und Schüler bessere Kompetenzen erworben haben, die ihnen langfristig helfen? Oder, da könnte man eben Kritiker einführen in verschiedenen Bereichen, die vor möglichen negativen Effekten waren. Oder ist es eben so, dass es vielleicht einfach nur so ist, dass sich die Lehrinhalte, aber auch das Lernverhalten eingeengt hat auf das, was in diesen Prüfungen getestet wird. Das heißt möglicherweise haben die was anderes eben nicht gelernt und dann ist vielleicht am Ende die Kompetenzen, die sie haben, gar nicht wesentlich besser. Ein zweiter Punkt, der manchmal angebracht wird, das kommt jetzt auch ein bisschen aus der US-amerikanischen Literatur raus, wo es stark um die Accountability Reforms geht. Das ist noch ein bisschen was anderes, weil da geht es eigentlich darum, dass viel getestet wird, und zwar nur im Multiple-Choice-Bereich, und die Testergebnisse dann direkt Konsequenzen auch für die Schulen haben. Also nicht so wie in diesem Bereich, dass es Abschlussprüfungen für die Schüler sind. Und dort hat man zum Beispiel gezeigt, dass wenn man das sozusagen allzu naiv einführt, sehr leicht zum Beispiel dazu führen kann, dass wenn die Testergebnisse der Schüler dieser Test dafür zählen, ob diese Schule Probleme kriegt oder nicht, dann ist es so, dass sie sehen werden, dass es vermutlich ganz konkrete Täuschungsmanöver und so gibt. Weil zum Beispiel, es gibt Studien, die zeigen dann eben, dass zum einen schwache Schüler vom Testen ausgeschlossen werden, wenn es ihnen wie geht, oder sie sehen schlicht und einfach, dass vermutlich Lehrer die richtige Antwort beim Test gesagt haben, damit alle Schüler die richtig haben. Auf macht die ganze Klasse eine Frage richtig, was irgendwie technisch sonst nicht sein kann, weil diese Tests in der Schule gemacht werden, aber nachher starke Konsequenzen für diese Schulen haben. Das ist natürlich was anderes jetzt als im Bereich, wo es eigentlich darum geht, diese Abschlussprüfungen haben möglicherweise Konsequenzen für die Schüler, für ihren weiteren Lebensweg, aber jetzt nicht unbedingt indirekterweise für die Schulen. Aber der erste Punkt, da möchte ich noch einen Satz mehr zu sagen, die Frage ist eben in der Tat, das wird ja gerne genannt, Teaching to the Test. Da gibt es zwei Aspekte zu. Es gibt das Teaching the Test, in dem wirklich nur beigebracht wird, wie kann ich auch diesen Test möglichst gut abkneiden. Und da ist es eine Funktion dessen, wie gut die Prüfungen sind, wie hochqualitativ die Prüfungen sind, ob wir das bekommen oder nicht und zu welchem Maß wir das bekommen. Das gilt allerdings für Lehrer gemachte Tests genauso wie für externe Abschlussprüfungen. Es gibt gute und schlechte Abschlussprüfungen, die der einzelne Lehrer stellt, und es gibt gute und schlechte externe Abschlussprüfungen. Das wird man im Zweifelsfall stark kriegen, wenn man jedes Jahr die gleichen Prüfungen macht und am besten noch Multiple-Choice, dann werden die Schüler nur noch, wie kann ich Multiple-Choice oder diese Art der Fragen und mich gut beantworten, so wie bei IQ-Tests. Aber wenn wir insgesamt, und das ist ja doch in den meisten Bundesländern meines Wissens der Fall, diese Abschlussprüfungen etwas sind, die eben sehr offene Fragen sind, die eigentlich wirklich Kompetenzen in breiter Form offen abfragen, und das sozusagen nicht jedes Jahr in der gleichen Form machen, würde ich da nicht so große Angst hier haben. Nächster Aspekt davon ist nicht Teaching the Test, sondern Teaching to the Test in dem Sinne, dass möglicherweise es Effekte gibt, dass die Lehrerinnen und Lehrer stärker den Stoff unterrichten, der Grundlage der Abschlussprüfung ist. Und das ist ein Aspekt, der aus meiner Sicht gewollt ist. Wenn wir externe Abschlussprüfungen haben, geht es ja genau darum, dass wir Standards umsetzen wollen, von denen wir sagen, unsere Schülerinnen und Schüler in unserem Bundesland, in unserem Land sollen diese und jene Kompetenzen in diesen Fächern erwerben. Die definieren wir jetzt und aufgrund dessen machen wir Abschlussprüfungen. Und dann ist es auch Ziel der Übung, dass diese tatsächlich auch vermittelt werden. Und das kann dazu führen, dass einige Lehrer, die früher gesagt haben, ach, Dreisatz zu lernen ist vielleicht nicht so wichtig, ich finde was anderes wichtiger, die müssen jetzt diesen Dreisatz lehren. Und stattdessen, die haben die vielleicht was anderes unterrichtet, was vielleicht auch wichtig wäre, das wird möglicherweise weniger gemacht. Nur der Punkt, das wird auch wahrscheinlich vieles weniger gemacht, was wir tatsächlich als Gesellschaft insgesamt nicht für nicht so entscheidend ansehen. Und in dem Sinne können natürlich externe Abschlussprüfungen diesen Effekt haben, dass hier verstärkt auf, ich sag mal, jetzt die Bildungsstandards, die diesen Prüfungen unterliegen, hingelehrt wird. Das wäre erwünscht. Der Punkt ist jetzt nur sozusagen in dem Sinne, dass es zum Beispiel nur dieses, ich lerne, wie ich diesen zentralen Test beantworte und darum werde ich besser, aber ehrlich gesagt haben sich meine Kompetenzen gar nicht verbessert. Das könnte natürlich dahinter liegen. Relativ wenig in dem, was ich Ihnen gezeigt habe, wenn man ehrlich ist, weil ich zeige Ihnen ja nicht die Effekte auf den, die Testleistungen in dem Test, den ich Ihnen gebe, sondern ich zeige Ihnen die Effekte auf TIMS oder PISA-Ergebnisse. Das ist was anderes, das ist eben genau nicht der Test, der überprüft wird. Aber prinzipiell kann das sein. Darum eben immer die spannende Frage, hat das denn längerfristige Effekte? Und darum haben wir uns in einigen, oder in zwei Forschungsprojekten in den letzten Jahren angeschaut, gibt es denn nicht Zusammenhänge mit dem Arbeitsmarkt erfolgt? Und da ist ja gerade der deutsche Zusammenhang spannend, weil es eben bis vor einiger Zeit quasi die Hälfte, Hälfte gab Bundesländer mit zentralen Abschlussprüfungen und Bundesländer ohne zentrale Abschlussprüfungen. Und die, sozusagen die, die später gekommen sind, vermutlich eh noch nicht auf dem Arbeitsmarkt, aber die sind jedenfalls noch nicht in unserem Datensatz drin. Es geht ja um den Zustand, ich sag mal bis 2000. Und da können wir uns schlicht und einfach anschauen, Sie sagen, die abhängige Variable ist jetzt Ihr Arbeitseinkommen und Sie schauen sich an verschiedene Sachen, sozusagen Bildungsabschluss dieser Person, Geschlecht, Alter und so weiter und so fort und packen zusätzlich als mögliche erklärende Variable rein, ob man seinen Abschluss gemacht hat in einem Bundesland mit zentralen Abschlussprüfungen oder ohne. Das ist ein bisschen schwierig, weil die meisten Datensätze sowas nicht drin haben, weil wir dann meist über die Person nicht wissen, wo sie zur Schule gegangen sind. Aber es gibt eben mittlerweile zwei Datensätze und die haben wir dann hier genutzt, das sozioökonomische Pendel, wo wir für einen Großteil der Leute wissen, wo sie zur Schule gegangen sind und damit wissen wir, in diesem Bundesland gab es zentrale Abschlussprüfungen oder nicht. Und wenn Sie das mit reinnehmen, dann sehen Sie in der Tat, dass es systematisch so ist, nachdem Sie andere Sachen rausrechnen, dass die Personen, die ihren Abschluss in einem Bundesland mit zentralen Abschlussprüfungen bekommen haben, im Durchschnitt gut 6% mehr verdienen als Personen in Bundesländern, die ihren Abschluss gemacht haben, ohne, also die ihren Abschluss in Bundesländern gemacht haben, ohne zentrale Abschlussprüfungen. Ganz spannender Aspekt dabei ist allerdings, dass das nicht für alle gleich gilt, sondern dass das was mit dem Abschluss zu tun hat. Wir hatten, es gab schon mal eine Studie dazu, die sich das ein bisschen angeschaut hat, nur für Abiturienten und keinen Zusammenhang gefunden hat. Und es ist natürlich so, dass die Abiturienten, nachdem sie von der Schule gegangen sind, noch zur Uni gehen, dort weitere Signale bekommen, Abschlüsse erzielen, mit denen sie sich dann auf dem Arbeitsmarkt bewerten. Und das sind vor allem die mit dem Hauptschulabschluss, die ihren Abschluss direkt nehmen und damit auf den Arbeitsmarkt gehen. Wo das am ehesten möglicherweise ein Signal ist, dafür, was ich gelernt habe oder nicht. Und in der Tat ist es eben so, dass wir diesen Effekt vor allem sehen unter denjenigen mit dem Hauptschulabschluss. Bei den anderen beiden Abschlüssen ist der Effekt nicht signifikant. Er ist quantitativ gar nicht so klein, aber statistisch nicht signifikant und er ist längst nicht so groß wie beim Hauptschulabschluss. In dem Datensatz, wenn wir uns genau anschauen, ist es beim Realschulabschluss in der Tat auch so, dass die Hälfte der Leute nicht direkt auf den Arbeitsmarkt gehen, sondern zunächst mal noch einen anderen akademischen Abschluss, sei es eine fachschulische Ausbildung oder eben dann weiter bis zu einer hochschulischen Ausbildung machen, bevor sie auf den Arbeitsmarkt gehen. Also wir sehen diesen Zusammenhang und auch hier können Sie jetzt wieder versuchen, möglichst viel rauszurechnen. Das ist natürlich, wir können jetzt hier Reformen nicht gut ausnutzen, was ein bisschen schade ist. Das ist natürlich am Ende des Tages einfach nur der Zusammenhang im Bundesländervergleich. Und inwiefern das jetzt kausal ist oder nicht, ist sicherlich zu einem gewissen gerade eine offene Frage. Aber es ist konsistent mit dem Ergebnis, was wir insgesamt sehen. Und es ist auch so, wenn Sie jetzt rausrechnen, der Anteil der Hauptschüler und Realschüler in den verschiedenen Bundesländern oder verschiedene schulische Rahmenbedingungen, Ausgaben pro Schüler, Klassengrößen, ob die verschiedene Schularten haben, also wie viele Schularten die haben oder nicht, auch Dinge wie Privatschulanteil oder dann auch auf der wirtschaftlichen Seite die Industriestruktur. Wenn Sie das alles rausrechnen, dann bleibt das alles sehr deutlich erhalten. In der Hinsicht ist es sehr robust, es ist nichts von diesen Dingen, was das treibt. Und einen zweiten Aspekt, den wir uns anschauen wollten, bei der, dass es ja so ist, dass wenn wir gewisse Rigilitäten im Arbeitsmarkt haben, ist es möglicherweise so, zumindest war es in Deutschland sehr lange so, dass sich möglicherweise sozusagen fehlende Kompetenzen oder alles weitere, was sich auf dem Arbeitsmarkt auswirkt, im unteren Bereich eben nicht im Einkommen auswirkt, sondern dahin, ob ich überhaupt einen Job bekomme. Weil wenn de facto ein Minimalniveau an Einkommen da ist und meine Produktivität da drunter fällt, dann ist die Gefahr groß, dass ich halt keinen Job mehr bekomme. Und so haben wir eben seit Anfang der 70er Jahre in Deutschland eben regelmäßig den Anstieg der Arbeitslosigkeit gesehen und das war eigentlich die Ungleichheit, die sich bei uns aufgetan hat im Vergleich zu anderen Industrieländern. Und auch hier sehen wir in der Tat, dass sich eben dieser Zusammenhang mit den Zentralabschlussprüfungen sehr deutlich zeigt. Das ist eben so, dass wir, wenn wir alle Individuen anschauen, es so ist, dass diejenigen, die ihren Abschluss in dem Bundesland mit zentralen Abschlussprüfungen gemacht haben, in ihrer jeweiligen Abschlussform natürlich, im Durchschnitt eine 2% niedriger Wahrscheinlichkeit haben, arbeitslos zu sein. Und auch hier sehen wir gewisse Unterschiede. Am stärksten ist das wiederum für den Hauptschulabschluss, die das direkt nutzen. Hier sehen wir aber auch einen gewissen negativen Effekt für die Leute mit dem Abitur als Abschluss. Also es scheint schon so, zumindest ist es ganz konsistent damit, dass möglicherweise die Leute tatsächlich höhere Kompetenzen erworben haben, die ihnen am Arbeitsmarkt helfen. Ich habe bis jetzt versucht, tatsächlich erstmal nur ganz generell zu zeigen, was sind sozusagen die Zusammenhänge, die wir sehen. Wir wollen natürlich versuchen, was steckt dahinter, das auch ein bisschen stärker noch interpretieren. Da möchte ich jetzt reingehen, um eben auch, weil ich zu ein, zwei Sachen davon jetzt auch empirisch dann, wir in den letzten Jahren, glaube ich, ein bisschen was gelernt haben, was wir dazu sagen können. Es gibt eine ganze Reihe von theoretischen Möglichkeiten, warum dieser Zusammenhang da ist. Einer wäre, dass zentrale Abschlussprüfungen sowas sind wie ein Rechenschaftssystem. Etwas, was eben ein Feedback gibt, ob am Ende des Tages was gelernt wurde oder nicht. Und dann ist es eben nicht so, dass der einzelne Lehrer, die einzelne Schule relativ niedrige Standards haben können und alle Schüler kriegen eine gute Note und dann sieht keiner, dass die eigentlich nicht viel gelernt haben, sondern am Ende des Tages gibt es eine Abschlussprüfung, die genau der einzelne Lehrer nicht beeinflussen kann und deswegen ist es ein Maßstab gibt, um zu sehen, ist da was rausgekommen oder nicht. Und dann kommen wir möglicherweise eben dahin, dass tatsächlich die Lehrer eben größere Anreize haben, sich dafür einzusetzen, dass die Schüler tatsächlich was lernen, um diese externen Prüfungen zu erzielen. Das hat dann gleich sehr viel damit zu tun, wenn das so wäre, dann müsste es natürlich so sein, dass Schulen, die eben darauf reagieren können, die sich unterschiedlich verhalten können, eher positive Effekte hätten, wenn es zentrale Abschlussprüfungen gibt. Das heißt, hier haben wir eine Interaktion mit der Selbstständigkeit von Schule und da werde ich gleich im nächsten Teil auch drauf eingehen. Da werden wir deutliche Effekte sehen, die darauf hindeuten, dass das vermutlich ein sehr relevanter Kanal ist. Ein weiterer Punkt, der schwer zu testen ist, wo es aber auch Belege für gibt, nicht in meiner Forschung, andere haben dazu aber im pädagogischen Bereich spannende Sachen gemacht. Externe Abschlussprüfungen können die Verhältnisse zwischen den Schülern und den Lehrern verändern und zwar auf eine Art, die zunächst mal vielleicht gar nicht so erwartet wird, nämlich in dem Sinne, dass es auch mal so ist, dass der Lehrer nicht mehr die Richterfunktion hat, der am Ende des Tages die Abschlussnode setzt, sondern der nur sagen kann, Leute, da ist eine Abschlussprüfung, ich mache die nicht, entweder kann ich euch darauf vorbereiten und wir versuchen zusammen da hinzukommen oder ihr seid eben nicht gut vorbereitet. Das heißt, es kann diese Funktion geben, dass der Lehrer vielmehr zum Coach wird, der sozusagen die Schülerinnen und Schüler mitnimmt, der sagt, hier ist der Berg, auf dem wir hoch müssen, aber ich bestimme nicht, wie hoch dieser Berg ist. Und es gibt in der Tat gewisse Aspekte in der Forschung zum Beispiel von Frau Mark Merki, die das genau anzeigen, es soll auch zeigen, als die Reform in Bremen war, da hat die einige Daten gesammelt, die so ein bisschen darauf hindeuten. Es wird manchmal argumentiert, das will ich hier gar nicht näher darauf eingehen, dass es ohne externe Abschlussprüfungen also Peer Pressure gibt, dass es Mitschülereffekte gibt, die darauf hindeuten, dass es eigentlich die optimale Lösung für die Klasse insgesamt ist, möglichst niedrige, möglichst einfache Prüfungen zu bekommen. Das heißt eben, man wird versuchen, wenn jemand eben eine schlaue Frage stellt, den gleich zu ärgern und der Streber darzustellen, damit wir insgesamt am Ende eine möglichst einfache Klausur alle zusammen kriegen. Das heißt, das Optimale ist eigentlich, alle zusammen tun möglichst wenig, kriegen eine einfache Klausur und kriegen die gleichen Noten, wenn sie sich anstrengen hätten müssen. Das funktioniert mit externen Prüfungen eben nicht mehr. Inwiefern das sozusagen wirklicher Kanal ist, aber das ist noch relativ wenig erforscht. Ein vierter Aspekt, der häufig, also der schon lange und häufig argumentiert wurde und zu dem ich jetzt gleich ein bisschen was an Empirie bringen möchte, ist ein Beitrauen. Der bezieht eigentlich auf die einzelnen Schülerinnen und Schüler ab, in dem Sinne, dass Abschlüsse, also die Abschlusszeugnisse, gerade die Noten auf den Abschlusszeugnissen unterschiedliche Signalwirkungen haben, ob ich sie mit einer externen Prüfung bekommen habe oder das sozusagen einfach nur rein Noten der einzelnen Schulen, der einzelnen Lehrer ist. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn ich als als jemand mit dem Hauptschul- oder Realschulabschluss bin und dann zum möglichen Lehrmeister gehe und mein Zeugnis dahin lege und sage, ich würde gerne bei Ihnen Lehre machen, dann schaut er da drauf und sagt, ah ja, in Mathe eine 2, damit er eben, also bis vor den Reformen in den Bundesländern, die keine Abschlussprüfung haben, sagen, ja okay, ist eine 2, aber jetzt weiß ich nicht so genau, ist das, ist das, weil der oder diejenige in Mathe wirklich gut ist oder ist das, weil der Schule oder der Lehrer eben leichte Noten vergibt. Wenn das nur im eigenen Ort ist, haben die manchmal noch diese Idee, ah ja, die Schule hat, die haben schon hohe Standards oder nee, da weiß man nicht so genau oder im Zweifelsfall wissen sogar die einzelnen Lehrer, aber sie brauchen ja fast nur zum Nachbarort geben, dann ist diese Information weg. Das ist anders, wenn sie externe Abschlussprüfungen haben, also das wäre jetzt die Geschichte gewesen, bis vor 10, 15 Jahren hier in Schleswig-Horstein, in Nordrhein-Westfalen, wo auch immer. In Bayern oder Baden-Württemberg war das anders, da kommen sie als möglicher Lehrling zum Lehrmeister, sagen, hier ist mein Zeugnis, der schaut drauf, sagt 2 in Mathe, okay, weiß ich, der kann was, weil ich habe den Standard. Ich weiß, ich weiß, dass er das nicht sozusagen irgendwie anders gekriegt haben kann. Dieser Lehrmeister wird viel mehr Wert auf diese Note legen, weil er weiß, die gibt mir ein Signal, dafür, der kann was. Darum wird sozusagen auch möglicherweise die Einstellungsentscheidung stärker davon getrieben werden, als in Bundesländern, wo der Signalwert dieser Noten nicht so hoch ist. Das wiederum wissen dann aber die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit selbst und deswegen lohnt es sich für sie mehr anzustrengen. Weil sie wissen, wenn ich mich jetzt wirklich anstrenge, hat das eine Chance, dass ich einen besseren Job bekomme, wohingegen, wenn ich das mit lokalen Noten habe, wird ja sowieso keiner so richtig drauf schauen, weil es nicht klar ist, woher die kommen. Kann das stimmen? Das ist sozusagen immer so eine Theorie, die da war. Und wir haben dann gedacht, wiederum in Deutschland, das können wir uns auch wunderbar anschauen. Und zwar mit einem ganz konkreten Datensatz. Das Problem ist jetzt, Sie brauchen Abschlussnoten der einzelnen Leute. Sie müssen wissen, ob es zentrale oder dezentrale Prüfungen waren. Und Sie müssen wissen, wie die im Arbeitsmarkt abschneiden. Das ist halt so ein Problem, allein, dass es innerhalb eines Landes diese Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen gibt, mit und ohne externe Abschlussprüfungen gibt es nicht so oft. Das gibt es noch in Kanada, wo man übrigens den gleichen Zusammenhang auch sieht. Aber dann darüber hinaus diesen Datensatz, sowas hat es in Deutschland eigentlich, haben wir sonst nie irgendwie gehabt. Und es gibt den Datensatz des Hochschulinformationssystems, was für Hochschulabsolventen, also das sind alles Leute, die eine Hochschule besucht haben, die halt Hochschulzugangsberechtigt hatten, die dann weiterverfolgen, für die wir dann wissen, wie viel sie fünf Jahre nach Hochschulabschluss verdienen. Und für die wir aber auch die Rückwirkung gefragt haben, was war ihre Abiturnote. Und jetzt haben wir, und, das Allerwichtigste, darf man in Deutschland nicht vergessen zu sagen, wir wissen tatsächlich, in welchem Bundesland sie ihren Schulabschluss gemacht haben. Das ist zum Teil ja das größte Problem bei unseren Datensätzen. In diesem Fall kriegen wir diese Information. Und das Spannende ist, was rauskommt, deutet genau darauf das hin, was ich sozusagen mit dem Argument, das wir gerade hatten, erwartet hätte. Wir sehen hier den Zusammenhang zwischen dem durchschnittlichen Bruttomonatseinkommen, was diese Leute fünf Jahre nach Hochschulabschluss haben, und hier ihre Abinote. Hier die besten, die schlechteren. Sie sehen systematisch, dass die mit einer besseren Abiturnote mehr verdienen. Das ist so. Wir sehen einen positiven Zusammenhang dieser Bildungsleistung. Wir sehen aber einen sehr deutlichen Unterschied zwischen denen, die ihren Abschluss in Bundesländern mit Zentralabitur gemacht haben, und denen, die es ohne Zentralabitur gemacht haben. Der Punkt ist, mit Zentralabitur, jede Note geht mit höherem Einkommen einher, und es ist ein sehr starker, großer Zusammenhang. Wenn Sie aus dem Bundesland ohne Zentralabschlussprüfung kommen, ist das hier im unteren Bereich, scheint das einfach nur so neus zu sein, also sehr unklar. Dann haben wir auch den positiven Zusammenhang, aber viel geringer, als in dem mit Zentralabschlussprüfung. Es scheint so zu sein, dass die Note, die Sie bekommen haben, wenn es eine externe Prüfung war, wesentlich stärkeren, stärkeren Signalwert am Arbeitsmarkt haben, als wenn es eine Note ist aus einem Bundesland ohne externe Abschlussprüfung. Das kann man jetzt eben dann in den Modellen systematisch schätzen. Sie können zum Beispiel erst mal anschauen, hier ist sozusagen wieder abhängige Variable, ist die Einkommen. Sie kontrollieren zum Beispiel für Geschlecht, Alter, ob Sie jetzt Fachabit oder Gymnasium hatten, Bildungsstand der Eltern, um so ein bisschen so ökonomische Herkunft auch rauszurechnen, und packen die Abiturnote rein. Wenn Sie Ihren Abschluss gemacht haben, in einem Bundesland mit zentralen Abschlussprüfungen, für jede Abiturnote verdienen Sie, das ist negativ, weil je kleiner die Note, desto besser, für jeden einen Schritt, auch in der Abiturnote, verdienen Sie zweieinhalb Prozentpunkte mehr, aber bei denen aus den anderen Bundesländern mit zentralen Abschlussprüfungen ist dieser Zusammenhang viel enger, nämlich neun Prozentpunkte. Dann können Sie das auch direkt zusammenbringen, alle zusammen, dann haben wir 4700 Individuen in diesem Datensatz und können Sie sich, der Punkt ist dann einfach nur, dass Sie sehen, dass der Unterschied zwischen den beiden ist so um die 6 Prozentpunkte. Und das ist extrem robust, und das Schöne an diesem Datensatz ist, dass wir jetzt auch viele Schritte weitergehen können. Wir können zum Beispiel, diese Leute sind recht mobil in Deutschland, also wir können zum Beispiel dafür kontrollieren, in welchem Bundesland Sie arbeiten, um sozusagen auszuschließen, dass es nur so regionale Arbeitsmarkteffekte sind. Das heißt, dann vergleichen Sie nur die Leute, die im gleichen Arbeitsmarkt arbeiten. Der Effekt ist genau der gleiche, ändert sich überhaupt nicht. Sie können viel reinbringen, Industriestruktur und weiter. Sie können viel zunächst mal für deren Hochschulstudium, welches Fach, welche Note im Hochschulstudium, welcher Studienort, all das rausrechnen, das scheint fast überhaupt nichts an diesem Zusammenhang. Es ist ja so überraschend halt, dass eben Ihre Abinote auch für das spätere Einkommen nach dem ganzen Hochschulbesuch noch so viel zählt. Und selbst wenn Sie Charakteristika des Jobs, den Sie nachher haben, die Industrie, ob es der öffentliche Sektor ist oder nicht, wie der Bundesland und ein bisschen weiteres, damit können Sie maximal ein Drittel dieses Zusammenhangs erklären. Das scheint sehr viel zu sein, was wirklich mit den einzelnen Leuten zusammenhängt. Ein bisschen mit auch so versommen Hintergrund, glaube ich, dass eben, wir haben jetzt gesehen, viele Bundesländer haben das ja eingeführt, von daher sind wir jetzt eigentlich ja soweit. Ich glaube, der wichtigste Schritt, den wir in Deutschland, das ist jetzt mehr ein politisches Statement, gehen müssten, wäre eben die Vergleichbarkeit nicht nur innerhalb der Bundesländer, sondern auch zwischen den Bundesländern stärker hinzubekommen. Weil wir auch einen deutschlandweiten Arbeitsmarkt haben und weil wir sogar den Hochschulzugang, im Hochschulzugang so tun, als ob die Abiturnote aus verschiedenen Bundesländern direkt vergleichbar wäre. Wir haben dazu vor zwei, vor zwei, drei Jahren mit dem Aktionsrat Bildung einen Vorschlag gemacht, den wir gemeinsames Kernabitur genannt haben, der ganz konkret sagt, was muss man eigentlich machen? Und ich glaube eben nicht, wir brauchen kein Deutschlandabitur, wir müssen nicht überall das gleiche Abitur schreiben. Aber wir müssen ein bisschen mehr Vergleichbarkeit bekommen und der Vorschlag ist hier in den Kernfächern, Deutsch, Mathe, Englisch, in ganz Deutschland einen gemeinsamen Abschluss, also einen Teil dieser Prüfungen davon, in Deutschland gemeinsam zu machen. Das kann man auch bei ein bisschen politischem Willen ein Problem aus am selben Tag in ganz Deutschland machen und hätten dann eben für diese Komponente eine Vergleichbarkeit, die dahin führt, dass wir insgesamt die Anreize in den verschiedenen Bundesländern da sind, sich nach oben zu orientieren. Ich hielte, und das darf man nicht über Nacht einführen, wir haben da sozusagen eine ganze Schiene von sechs, sieben Jahren vorgeschlagen, was in welchem Jahr geschehen muss, dann darf man das auch nicht über Nacht machen, sondern sollte eben zunächst mal so einen Probedurchgang machen, wo diese Prüfungen für die Individuen noch nicht zählen, aber man im Bundesländervergleich schon mal sieht, wo steht man. Und ich glaube, das würde insgesamt vieles an Anreizen auslösen, die insgesamt zu einer Erhöhung der Bildungs-, oder zu einer besseren Sicherung der Bildungsstandards führen würde im Bereich des Abiturs. Ehrlich gesagt, glaube ich, das Gleiche wäre mindestens genauso wichtig in den anderen Abschlüssen. Wir haben uns hier jetzt mal Beispiel auf das Abitur konzentriert. Und das noch als kleine Randbemerkung, fast in Klammern sozusagen, ein letzter Punkt, was sind mögliche Wirkungskanäle externer Abschlussprüfungen. Ein Kanal, den ich glaube, den wir in Deutschland stark gesehen haben, ist, dass das auch Anreize verändert für die Politik und das Bildungssystem insgesamt. Was wir gesehen haben, ist, dass wir im Jahr 2000 zum ersten Mal die Bundesländer vergleichend getestet haben in PISA-E. Und das hatte in allen möglichen Dimensionen frappierende Auswirkungen, aber das hat auch Ergebnisauswirkungen gehabt auf eine Art, die nicht viel wahrgenommen wurden. Wenn Sie sich mal anschauen, ich nehme jetzt PISA lesen, weil das direkt über die Zeit vergleichbar ist. Hier trage ich ab, wie die Bundesländer in 2000 bei PISA abgeschnitten haben. Hier vorne Bayern, Baden-Württemberg, dann so eine mittlere Gruppe, hier ist Flixi Holstein und im unteren Rand Bremen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Hamburg und Berlin hatten damals nicht vergleichbar teilgenommen. Und hier trage ich jetzt einfach mal, wie hat sich das jeweilige Bundesland in den folgenden sechs Jahren auf dem PISA-E-Test entwickelt. Und Sie sehen, die Spitzenreiter sind auf der Stelle stehen geblieben, haben sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht, sind nicht schlechter geworden, aber auch nicht besser. Die mittlere Gruppe hat sich so im Durchschnitt zehn bis zwanzig Punkte verbessert und die am Ende waren, haben sich im Durchschnitt um 25 bis 30 Punkte verbessert. Da ist richtig viel passiert, das ist kein Packenstil. So 25 bis 30 Punkte ist richtig was. Das ist nicht wahrgenommen worden, weil die sind immer noch letzte. Aber der Abstand zu den Spritzenreitern, wo jetzt mittlerweile noch Sachsen dabei war zum Beispiel, der Abstand zu den Spitzenreitern hat sich um mehr als die Hälfte verringert. Sie sehen hier, da waren zu Anfang so um die 50 Punkte und die haben über 25 davon aufgeholt. Und das ist es, was auch wir sehen, warum wir über die Zeit besser geworden sind. in Deutschland. Das hat ganz klare regionale Aspekte und aus meiner Sicht kann man das schon mit interpretieren, dass hier Feuer im System war. Die Wähler haben gesagt, was ist denn hier los? Wir sehen zum ersten Mal, unsere Kinder lernen nicht genug, woanders ist es ganz anders. Wir wollen was geändert haben, wir wollen sehen, dass es besser wird. Und das ist passiert. Umso mehr ist es schade, dass wir eben seit 2006 nicht mehr wissen, wie sich die Bundesländer weiterentwickelt haben. Das PISA-E hat man abgeschafft, es gibt zwar jetzt IQB-Vergleichsstudien, aber die lassen Vergleiche über die Zeit nicht zu, finde ich extrem schade, weil wir könnten darüber eben viel mehr lernen, verstehen, aber auch politische Signalwirkungen kriegen, was wir tun können und wissen. Das war der Aspekt zentraler Abschlussprüfung. Jetzt komme ich im letzten Teil zur Selbstständigkeit von Schulen. Quasi als ein weiterer Aspekt der institutionellen Rahmenbedingungen. Können Schulen selber über ihr Personal entscheiden, über die Lehrbücher entscheiden, über ihr Budget entscheiden und so weiter und so fort. Ist das relevant für die Ergebnisse, die wir am Ende sehen? Wenn man das überlegt, ist es eigentlich nicht ganz so einfach wie bei einer zentralen Abschlussprüfung. Zumindest dort finde ich, ich habe fünf Wirkungsmechanismen, die deuten alle darauf hin, dass möglicherweise externe Abschlussprüfungen positive Effekte auf die Schülerleistungen haben können, aufgezählt. Aus meiner Sicht ist das bei dem Thema Schulautonomie nicht so klar, weil es eigentlich zwei grobe Wirkungskanäle gibt, die gegeneinander laufen. Das ist jetzt sehr simpel aufgedrückt, aber ich möchte Ihnen nur sozusagen die Ideen dahinter verbringen. Pro Argumente für mehr Schulautonomie besteht darin, dass es am Ende des Tages immer die Leute vor Ort sind, die am besten wissen, wie irgendwas funktioniert. Wenn Sie sozusagen jemanden von der Zentrale da reinschicken, die haben nie das lokale Wissen, wie man ihren Schülerinnen und Schülern am besten was vermittelt, was die Zusammenhänge sind und was konkret eigentlich gerade fehlt, damit es besser wird. Das heißt sozusagen, prinzipiell würde ich erwarten, dass die Schulen vor Ort, wenn sie mehr Selbstständigkeit haben, eigentlich das Potenzial haben, die Sache viel besser zu machen. Was dem ein bisschen entgegenläuft, ist die Tatsache, dass wenn ich mehr Eigenständigkeit bekomme, kann ich die nutzen für alles Mögliche und das muss nicht notwendigerweise dafür sein, dass ich die Schülerleistung verbessere. Soll heißen, wenn man gerade in Fällen, das ist jetzt aus dem theoretischen Modell raus, es gibt so prinzipiale Agentenmodelle in der Theorie, das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert, wenn man darüber nachdenkt, dann, wenn die Schulen vor Ort eine andere Interessenlage haben als das System insgesamt, wenn man zum Beispiel eben nicht so sehr daran interessiert ist, dass die Schülerinnen und Schüler in bestimmten Fächern mehr lernen, sondern irgendwas anderes gerne machen würden und wenn es so ist, dass das die Zentrale, das System insgesamt nicht direkt observieren kann, was denn da geschieht, wenn man nicht komplette Informationen hat, man spricht ja auch von asymmetrischer Information, die lokalen Agenten haben viel mehr Informationen über das, was sie tun, als das Zentrale je haben kann und wenn es irgendein Charakteristikum für Schule gibt, dann ist es das, die Klassentür schließt sich und was der Lehrer dort macht, das kann man nicht beobachten, das kann man nur in sehr beschränkten Maße indirekt versuchen, aber das ist am Ende des Tages etwas, was man eben gerade nicht monitoren kann und dann ist es eben so, dass möglicherweise eben eine größere Eigenständigkeit dazu genutzt wird, Ziele zu verfolgen, die halt gerade auch im Widerspruch zur Einhaltung von gemeinsamen Standards insgesamt stehen. So, jetzt haben wir sozusagen Pro- und Kontra-Argumente und ich mache drei Hypothesen darüber auf, was gegeben sein muss, damit die positiven Aspekte der Autonomie größer sind, als die negativen Aspekte. Als erstes geht es um die Entscheidungsbereiche, das ist nicht überall das Gleiche. Einfachste Punkt ist, vermutlich haben Lehrerinnen und Lehrer keinerlei Anreize ein schlechtes Lehrbuch zu nehmen, weil sie sich nur selber damit wehtun. Und in dem Sinne ist es eben so, dass man, wenn man den lokalen Organisationen mehr Selbstständigkeit bei Auswahl der Lehrbücher lassen würde, würde ich denken, dass eher die positiven Dinge überwiegen, weil es hier keine abweichenden Interessenlagen gibt. Ganz genereller gesagt wäre es eben so, dass in diesen operativen Entscheidungen es eher so ist, dass die positiven Effekte überwiegen dürfen und im Gegensatz dazu, wann es immer eben um die Standardsetzung per se geht, oder auch darum geht, inwiefern sozusagen die lokale Arbeitsbelastung damit zusammenhängt, dann würde ich tendenziell eher nicht so positive Effekte erwarten. Ein zweiter Aspekt und jetzt komme ich zurück zu dem Ganzen, was ich im letzten Teil gesagt habe. Ich würde eine starke Interaktion damit erwarten, ob es zentrale Abschlussprüfung oder externe Prüfung generell gibt oder nicht, weil was die eben machen, das hatten wir vorhin diskutiert, ist, sie legen am Ende des Tages klar, was die Schülerinnen und Schüler tatsächlich gelernt haben oder nicht, wenn es gute Prüfungen sind. Das heißt aber, auch wenn keiner in mein Klassenzimmer reinkommen kann und genau schauen kann, was ich da mache, am Ende des Tages kann man aber sehen, was dabei rausgekommen ist. Und insofern wird es schwieriger, sozusagen ungesehen die Standards zu verringern oder anders ausgedrückt, ich habe die Anreize auch mal, mich dafür einzusetzen, meine Eigenständigkeit so zu nutzen, dass die Schülerleistungen besser werden, weil das wird am Ende des Tages gesehen. Und ein dritter Punkt, ich würde auch noch einen Zusammenhang damit erwarten, wie gut das System insgesamt schon ist und funktioniert, inwiefern es schon Rahmenbedingungen gibt, die insgesamt weit entwickelt sind, die grundlegende Standards sicherstellen, die aber auch gerade zum Beispiel die Kompetenz vor Ort, dezentrale Entscheidungen zu treffen, sicherstellen. Das heißt, ich würde auch so denken, dass sozusagen Selbstständigkeit in gut entwickelten Systemen, wie auch immer man das definieren will, tendenziell eher funktionieren wird, als in relativ schwach entwickelten Systemen. Was ich da gleich anschauen werde, ist, Sie können also entweder sich das so denken, auf welchem dieser Niveau Sie eigentlich schon sind oder aber, und sozusagen empirisch ist da der Effekt, der am stärksten reinkommt, wo wir das auch sehen, wenn Sie schlicht und einfach nur das Ausgangsniveau im Bruttoinlandsprodukt pro Kopf zum Beispiel sehen, wenn Sie im internationalen Vergleich anschauen, dann scheint es eben so zu sein, dass in entwickelten Ländern, wo die Systeme insgesamt eher funktionieren, mehr Selbstständigkeit eher positiv ist und in Entwicklungsländern das komplett andersrum aussieht. So, die drei Sachen möchte ich noch kurz zeigen und dann bin ich auch fertig. Also erstens Selbstständigkeit in verschiedenen Entscheidungsbereichen. Wie wir uns das anschauen, da haben wir sehr viel mit TIMS gearbeitet, mit PISA gearbeitet, das liegt auch schon alles ein bisschen zurück. Hier nutzen wir dann tatsächlich die große internationale Variation, die es zwischen Ländern gibt. Und dann nehmen wir letztendlich für alle Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel in TIMS oder PISA teilgenommen haben. Einige Sachen, die ich Ihnen zeige, sind zum Beispiel für die ersten zwei TIMS-Runden, da haben Sie insgesamt dann eine halbe Million Schülerinnen und Schüler und für jeden Einzelnen davon wissen Sie den sozioökonomischen Hintergrund, meinetwegen Bildungsstand der Eltern oder Bücher, die im Haushalt haben, den Migrationshintergrund haben. All das sind Dinge, die sehr wichtig sind für die Bildungsleistung. Und weil Bildung halt ein sehr komplexer Prozess ist, kann ich jetzt nicht einfach nur Länder vergleichen, sondern muss eben solche Effekte zunächst rausrechnen. Und das machen wir in diesen Modellen halt. Für die halbe Million individueller Schüler rechnen wir die Sachen raus. Sie können rausrechnen, Sie wissen Klassengrößen, Sie wissen, ob die Lehrer einen MA- oder BA-Abschluss haben. Sie wissen noch einiges mehr über die Klassen. Und dann wissen Sie eben aber auch Dinge, und das kommt in diesen Datensätzen zumeist aus den Schulleiterfragebögen, ob die Schulen Eigenständigkeit haben in verschiedenen Entscheidungsbereichen. Und damit sozusagen rechne ich zunächst alles, was ich mit so in diesen Modellen meist zwischen 40 und 50 Faktoren drin, die ich reinbringe. Ich kann das statistisch rausrechnen und dann vergleiche ich sozusagen nur noch Schulen, die bei all diesen beobachteten Dingen wie familiärer Hintergrund und Schulausstattung gleich sind miteinander und schaue, ob es dann noch Unterschiede gibt dafür, dass die Schulen unterschiedlich abschneiden mit und ohne Selbstständigkeit, aber auch mit und ohne zentrale Abschlussprüfung. Und was wir hier sehen, ist tendenziell einen positiven Zusammenhang, der Schüler Leistungen, nach Rausrechnung all des anderen, mit Selbstständigkeit der Schule in operativen Bereichen und in Personalbereichen, möchte ich so sagen. Also zum Beispiel bei der Auswahl der Schulbücher sehen wir sehr stark positive Effekte der Autonomie oder auch, wenn die Schulen selber ihre Lehrkräfte einstellen können. Und das hat so ein bisschen sozusagen, interpretiere ich so, das hat wirklich was damit zu tun. Das sind die Dinge, wo die Schulen tatsächlich eigentlich auch alle Anreize haben, möglichst gute Entscheidungen für die Schüler zu treffen. Und wir sehen auch Bereiche, wo wir eher negative Effekte haben, das sind die Entscheidungen, die ich so nennen würde sozusagen im Bereich der Standards und Arbeitsbeleistung. Also zum Beispiel bei, wenn sozusagen bei der Umfang der Lehraufgaben, wenn ich als Schule darüber Autonomie bekomme, dann, wenn mich jemand fragen würde, ich soll selber meine Arbeitsbelastung definieren, dann wäre das vielleicht nicht so gut für den Output. Und ähnlich bei der generellen Budgethöhe, das ist auch so eine Frage, die da drin ist. Das scheint per se zunächst mal problematisch zu sein. Ich gehe den Schritt weiter, weil jetzt ist eigentlich noch viel spannender. Die Frage des Zusammenhangs mit den zentralen Abschlussprüfungen. Nun ist genau das Gleiche, wir rechnen all diese anderen observierten Faktoren raus, auf individueller Ebene. Und ich möchte jetzt sozusagen vier Zustände der Welt miteinander vergleichen, die sich daraus definieren, ob wir externe Abschlussprüfungen haben in dem jeweiligen Schulsystem, ja oder nein. Und ob die Schule selbstständig ist, und jetzt, ich zeichne das für verschiedene Bereiche, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe jetzt hier die TIMS-Daten und da werden die eben gefragt, hat die Schule eine gewisse Selbstständigkeit über Teile der Lehrergehälter zu entscheiden, also Boni oder sowas. Und da gibt es große Unterschiede weltweit, auch innerhalb von Schulsystemen. Und ich möchte jetzt nach oben einfach nur abtragen, nachdem ich alles andere herausgerechnet habe, wie die Schülerleistungen in diesen verschiedenen Systemen sind. Und wir sehen, im Vergleich jetzt zu der niedrigsten Kategorie, das wäre die hier, wir sehen in Bildungssystemen, die keine externe Abschlussprüfung haben, schneiden die Schüler signifikant besser ab, wenn die Schulen diese Autonomie nicht haben. Also wenn Sie hier Autonomie einführen, wird das vermutlich sich negativ auf die Schülerleistungen auswirken. Das sind große Effekte, so um und bei in TIMS ist das, was Sie im Durchschnitt in einem Schuljahr lernen, 25 bis 30 Punkte, das sind nicht Peanuts. Versuchen Sie nochmal zurückzubringen, ich hatte Ihnen zu Anfang dieses Schaubild gezeigt, wenn Sie das gleiche Schaubild machen, für wie viel geben die aus, viel oder wenig, Ausgaben pro Schüler und steigen, das liegt alles flach auf dem Boden, hat keine Erklärungskraft. Das hat dicke Erklärungskraft hier. Noch viel spannender wird es aber, wenn wir jetzt die nächste Dimension mit reinnehmen, nämlich die externen Abschlussprüfungen, was wir dann sehen, als erstes wieder viel höhere Säulen, die Schülerleistungen sind systematisch wesentlich höher, nach Ausrechnung all diese anderen Sachen, in Schulsystemen, die externe Abschlussprüfungen haben. Das ist das gleiche, was ich Ihnen auf Bundesländerebene gezeigt habe, jetzt im internationalen Vergleich. Und das ist mittlerweile für mehr als ein Dutzend verschiedener internationaler Tests, auch in verschiedenen Fächern und so gezeigt worden. John Bishop ist einer, der schon Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre viel zu geforscht hat. Aber der zweite Punkt hier, der mindestens genauso spannend ist, dieser negative Effekt der Selbstständigkeit dreht sich komplett um in signifikant positiven und auch großen. Das heißt sozusagen, in gewisser Weise sozusagen der beste Zustand der Welt in diesem Bereich ist es, wenn Sie die Standards klar definieren, die Ziele extern vorgeben und auch extern überprüfen, ob die, inwiefern die erreicht wurden und dann aber den Schulen die Selbstständigkeit geben, den besten Weg dorthin zu finden. Das sind die Schulsysteme, die am besten abschneiden. Oder die Schulen, das ist ja auf individueller Ebene hier. Und Sie können das jetzt halt mal in allen möglichen Bereichen, also später haben wir es dann halt mal, als es PISA-Daten gab, für PISA gemacht. Sie sehen hier das mit den Lehrerbehältern, eigentlich das gleiche Pattern. Sie sehen das bei TIMS, haben wir Fragen, inwiefern jetzt auf, TIMS fragt auch die Lehrer, dann sind die Lehrer gefragt, inwiefern die Einfluss haben auf die Ressourcenausstattung. Sie haben hier einen deutlich negativen Effekt, der ist hier weg. Oder bei der Budgetformulierung hatte ich gesagt, haben wir generell durchaus häufig auch gewisse negative Zusammenhänge, die gibt es aber nur, wenn es keine externe Abschlussprüfung gibt. Mit externen Abschlussprüfungen ist da nichts negatives. Oder bei Schulautonomie oder Kursinhalte, da ist der Effekt nicht ganz so groß, aber Sie sehen das gleiche, das ist hier sozusagen kaum Effekt. Hier sehen wir doch einen gewissen positiven Effekt der Autonomie. Es gibt also diese Interaktion, wir brauchen klare Zielvorgaben und wir müssen die auch extern sicherstellen, dass sie erreicht werden. Aber wenn wir das haben, dann scheint es so zu sein, dass es viel besser ist, wenn wir nicht versuchen, auch von der Zentrale aus alles durchsteuern zu wollen, sondern den Schulen vor Ort die Selbstständigkeit zu überlassen, den besten Weg zu finden. Den letzten Punkt, ich bin jetzt zeitlich auch ganz gut im Rahmen, dann haben wir gleich noch viel Zeit zu diskutieren. Den letzten Punkt, noch dieser Zusammenhang mit dem Entwicklungsniveau, damit ich ein bisschen mehr zu sagen, finde ich, Sie sehen alles, ich wollte es eigentlich komplett überspringen, aber ich zeige es Ihnen noch kurz zur Veranschaulichung. Wir sind da jetzt eigentlich, also wir wollten jetzt mal verstehen, gibt es diesen Zusammenhang zwischen Schulautonomie und der Frage des Entwicklungsstand des Systems. Und ich spreche jetzt erstmal das in diesem Sinn einfach nur aus, Entwicklungsländer, Nicht-Entwicklungsländer oder Bruttoinlandsprodukt. Sie können, wenn Sie zum Beispiel das Ausgangsniveau der PISA-Leistung anschauen, haben Sie genau das gleiche Bild. Das ist ein bisschen austauschbar. Der empirisch stärkste Effekt, der, glaube ich, vieles zusammenbringt, was sozusagen da reinfliegt, ist einfach nur das Entwicklungsniveau. Und wir haben eben ein Problem natürlich mit diesen ganzen Studien, was ich Ihnen bis hier gezeigt habe, die wir lange gemacht haben, ist, dass wenn es irgendwelche Sachen gibt, die noch unbeobachtet bleiben zwischen den Ländern und die eben damit zusammenhängen, ob die Länder Abschlussprüfungen haben oder Schulautonomie haben oder nicht, dann könnte das eben die Effekte hier konfundieren und wir fangen irgendwas anderes ab. Also sei es, sind die asiatischen Länder, die bestimmte asiatische Wertvorstellungen haben und die haben gleichzeitig auch externe Abschlussprüfungen, vielleicht sind die deswegen nur besser. Also man kann bei denen, da haben wir da auch schon viel zu gemacht, zum Beispiel einfach nur fixe Effekte für verschiedene Kontinente reinnehmen, sonst sind wir nur noch innerhalb der einzelnen Kontinente vergleicht, die Ergebnisse sind die gleichen. Also das scheint so einfach nicht getrieben zu sein. Aber am Ende des Tages ist es sozusagen noch die große Frage, inwiefern das wirklich kausale Effekte sind, was wir jetzt gerade gesehen haben oder nicht. Und dann haben wir gedacht, mit PISA haben wir jetzt auch mittlerweile eigentlich schon zumindest diesen schönen Zustand, dass wir Stück für Stück auch über nicht so kurze Zeiträume Veränderungen über die Zeit anschauen können. Wir wissen, also die Studie haben wir vor zwei, drei Jahren gemacht, da hatten wir PISA 2012 noch nicht, aber wir haben für jedes Land, wie ist es in 2000, 2003, 2006 und 2009, wie sieht es aus. Und zwar wissen wir dann auch jeweils Informationen, wie sich die Schulautonomie verändert haben. Und was wir uns dann sozusagen jetzt methodisch überlegen ist, das sind Panel Daten, Modelle mit fixen Effekten, die Ideen ist aber schlicht und einfach die, wir schmeißen jegliche Variation zwischen Ländern raus, weil möglicherweise ist das einfach nur, weil bestimmte Länder aus anderen Gründen, die wir nicht beobachten, anders abschneiden und schauen uns nur noch die Veränderungen jedes Landes über die Zeit an und schauen, wenn unsere Geschichte richtig ist, dann muss es doch so sein, dass die Länder, die die Autonomie eingeführt haben, sich systematisch in ihren Testleistungen anders entwickelt haben müssen über die Zeit, als sie diese nicht eingeführt haben. Und auch innerhalb von Ländern ist natürlich das Problem, dass möglicherweise die Schulen, die mehr Autonomie haben als andere, das ist auch nicht zufällig, das sind wahrscheinlich die dynamischeren Schulen oder so, sodass wir das auch rauslassen, indem wir einfach nur anschauen, unser sozusagen Treatment hier ist, wie groß ist der Anteil der Schulen in einem Land, der Autonomie hat in verschiedenen Bereichen. Und wir können das eigentlich auch in den verschiedenen Ländern sehr schön mit verschiedenen Reformen, die es in den Ländern über die Zeit gab, zusammenbringen. Das sind tatsächlich politisch getriebene Dinge, die wir sehen. Also den Datensatz, den Sie jetzt hier sehen, das sind quasi all die Länder, für die wir mindestens dreimal über die Zeit die observieren. Das sind jetzt verschiedene Länder. Das, was Sie jetzt grün hier sehen, ist Deutschland zum Beispiel. Und jetzt rein als Beispiel, wir haben viele andere Sachen angeschaut, die schwarze durchgezogene Linie, das ist der Anteil der Schulen, die Selbstständigkeit haben, bei der Definition der Kursauswahl. In der Tat hat es da gerade zu Anfang der 2000er in einigen Bundesländern Reformen gegeben, dass die Schulen dann mehr Autonomie bekommen haben. Wir sind sozusagen in so einem Bereich, der uns da von 30 Prozent der Schulen auf, ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau, 70, 80 Prozent der Schulen gebracht hat. Und das zweite, ein anderer Bereich ist die Frage der Autonomie bei der Einstellung der Lehrer. Das ist in Deutschland viel niedriger. Das hat zu Anfang der 2000er sehr wenige Schulen, das sind vermutlich nur die Privatschulen. Aber es gibt zwischen 2006 und 2009 deutlichen Anstieg. Das wird wahrscheinlich die große Schulreform in NRW gewesen sein, wo mittlerweile die Schulen zum Großteil selbst einstellen können. Wir können es nicht ganz genau sagen, weil wir natürlich als Forscher in Deutschland wieder nicht Zugang zu den Daten auf Bundesländerebene bekommen. Aber es ist zumindest konsistent damit. Deutschland hat eben hier in dem Bereich Autonomie ausgeweitet. Andere Länder sind in andere Richtungen gegangen. Ich mache jetzt nur mal so Beispiele, die sozusagen mit unserer Analyse zusammenpassen. Australien hat eben deutlich zurückgenommen bei einigen Schulen die Kursautonomie. Schweden ebenfalls. Verschiedene Länder auf verschiedenem Niveau. Das nutzt man nicht. Aber die Veränderung über die Zeit. Die Frage ist jetzt, ob das irgendwas damit zu tun hat, wie sich die Schülerleistungen über die Zeit entwickelt haben. Und das wäre jetzt dieses Bild. Das ist jetzt Eilbowling. Da kann man nicht viel sehen. Wir machen das dann jetzt eben letztendlich in einer statistischen Analyse. Aber man sieht eben in der Tat, Deutschland ist das Land, was sich stetig ein bisschen vorwärts entwickelt hat. Und all die anderen Länder, die ich hier gehabt habe, das sind alles die entwickelten Länder, wo es systematische Absenkungen der Autonomie gegeben hat. Die haben auch systematisch ihre Schülerleistungen verschlechtert. Und wenn wir dann nehmen, was wir da letztendlich finden, möchte ich jetzt wieder in einem kleinen Schaubild darstellen. All das, was Sie haben, hätte ich sagen sollen. Ich habe eine ganze Reihe an Materialien mit, die ich Ihnen gerne gleich hier hinlege, die Sie gerne mitnehmen dürfen, wo Sie eben alle Details nachlesen können, in verschiedenen technischen Schwierigkeitsgrade. Bitte greifen Sie zu, ich möchte Sie wieder mit nach Hause nehmen. Was wir letztendlich finden, kann man vielleicht so darstellen, dass ich hier abtrage, was ist der Effekt von zusätzlicher Autonomie, hier ganz konkret über akademische Inhalte. Das umfasst das Kursangebot, die Kursinhalte und Autonomie über Lehrbücher. Das sind Dinge, die ehrlich gesagt nahezu komplett übereingehen in den verschiedenen Ländern. Wie sich das auf die Schülerleistung auswirkt. Positiv hier oben, negativ hier unten. Das ist der Effekt, den wir finden. Und wir möchten das eben abtragen danach, wie das Inlandsprodukt pro Kopf dieser Länder im Ausgangsniveau war, also 2000. Um zu sehen, sind diese Effekte möglicherweise unterschiedlich für entwickelte und Entwicklungsländer. Und ich habe nur so ein paar Beispielländer eben hier abgetragen, wo die jeweils stehen. Und wir finden in der Tat diesen Zusammenhang, dass sich Schulautonomie tendenziell in entwickelten Ländern positiv auswirkt, im mittleren Bereich kaum Auswirkungen hat und bei den ärmeren Ländern sogar signifikant negativ auswirkt. Also wir können das eben so sehen. Das sind zum Beispiel eben, andersrum gesagt, Brasilien, Mexiko sind zum Beispiel zwei Beispiele, die haben deutliche Reformen gemacht, die die Autonomie zurückgenommen haben, die mehr stärker, zentral die Standards gesetzt haben. Und die haben sich deutlich verbessert. Also weniger Autonomie hatte positive Auswirkungen. Und wir sehen eine weitere Interaktion, mit der ich jetzt wieder zu meinen zentralen Abschlussprüfungen zurückkomme, dass es systematisch so ist, dass sich dieser Effekt unterscheidet zwischen Systemen mit und ohne externe Abschlussprüfungen. In dem Sinne, dass sich dieser ganze Effekt positiver ist, wenn ich externe Abschlussprüfungen habe. Das heißt eben, die Länder, die dieses Entbildungsniveau haben und über die Zeit Autonomie ausgeweitet haben, haben ihre Schülerleistungen verbessert. Und das in besonderem Maße, wenn sie externe Abschlussprüfungen hatten, was wieder diese Interaktion, die ich Ihnen schon gezeigt hatte, im Querschnitt, jetzt auch im Längsschnitt eigentlich nochmal wieder verdeutlicht. Wir finden diese Effekte insbesondere in den Autonomiebereich über die akademischen Inhalte, das ist das Schaubild hier. Wir finden ganz ähnliche Effekte im Bereich der Personalautonomie. Im Bereich der Budgetautonomie ist das wesentlich geringer ausgeprägt und bildet einem vermutlich nur das ab, was wir eigentlich in den anderen Bereichen finden. Das heißt, da scheint es die entsprechenden Effekte nicht so deutlich zu geben. Also es ist gerade im akademischen Bereich, also im Bereich der akademischen Inhalte und des Personals, also Einstellungen und Gehälter wichtig. Soll eben heißen, wenn Sie in einem relativ armen Land sind, was insgesamt noch nicht hohe Standards hat, kann es sein, dass es eine schlechte Idee ist, den Schulen mehr Autonomie zu geben. Das geht nach hinten los. Aber eben in mehr entwickelten Ländern und da wir Deutschland sicherlich eben mit zugehören, ist das eben eher die Rahmenbedingungen, die wir brauchen zusammen mit den externen Abschlussprüfungen, um ein dezentrales System sehr funktionsfähig zu haben. Und damit fasse ich nur noch meine Befunde zusammen. Bildungsleistungen, wenn wir uns anschauen, hängen entscheidend mit dem individuellen und gesamtgesellschaftlichen Wohlstand zusammen. Allerdings ist es eben nicht so einfach so, dass es einfach so ist, wir geben mehr Geld ins Schulsystem und dann kriegen wir bessere Bildungsleistungen. Es scheint vor allem daran zu hängen, wie wir dieses Geld einsetzen. Wie kommen wir dahin, dass wir es zielgerichteter einsetzen? Das sind die institutionellen Rahmenbedingungen und zwei davon sind zentrale Abschlussprüfungen und Eigenständigkeit. Zentrale Abschlussprüfungen scheinen sehr deutlich mit besseren Schülerleistungen einherzugehen. Es scheinen auch durchaus langfristige Effekte auf dem Arbeitsmarkt zu haben und ein Wirkungskanal davon scheint zu sein, dass die den Informationswert der Noten, wie in diesem Fall eben die Abiturnoten auf dem Arbeitsmarkt deutlich erhöhen. Und auch Selbstständigkeit von Schulen scheint sich positiv auszuwirken, insbesondere im operativen und Personalbereich. Allerdings auch dann und nur dann, wenn es externe Abschlussprüfungen gibt, die die erzielten Ergebnisse offenlegen und das eben allerdings auch nur in entwickelten Schulsystemen, die die rundlegenden Standards sicherstellen, antworten sozusagen, wenn ich jetzt den gleichen Vortrag vor der Weltbank geben würde, würde ich genau das Umgekehrte sagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus